So, einen wunderschönen guten Abend zum zweitletzten Türchen des PCS Adventskalenders 2018. Heute mit einer brandaktuellen Box 2018-2019 Upper Deck Series 1. Wir legen gleich los, dreimal die Teams. Eins, zwei, drei und haben heute folgende Reihenfolge. 1. San Jose, 2. Die Islanders, 3. Arizona, 4. Detroit, 5. Calgary, 6. Die Rangers, 7. Pittsburgh, 8. Ottawa, 9. Nashville und 10. New Jersey. 11. Anaheim, 12. Washington, 13. Toronto, 14. Columbus, 15. L.A., 16. Philadelphia, 17. Tampa, 18. Chicago, 19. Minnesota und 20. Florida, 21. Boston, 22. Edmonton, 23. Montreal, 24. Buffalo, 25. Winnipeg, 26. Dallas, 27. Carolina, 28. Vancouver, 29. St. Louis und 30. Colorado. User einmal, zweimal, dreimal. Wir haben 1. San Jose, Prince, Valium, 2. Die Islanders beim Rooster, 3. Arizona, DMAC, Detroit auf 4. bei Michelamax, 5. Calgary bei OK, 6. Die Rangers ebenfalls bei OK, dann 7. Pittsburgh bei Danny Keller, 8. Ottawa bei Jochen, 9. Nashville bei Reto und 10. Die Devils bei Danny Keller, 11. 11. Anaheim bei Woodstock, 12. Washington bei Clunson, 13. Toronto bei Michelamax, 14. Columbus bei DMAC, 15. L.A. Kings bei Michel, 16. Philadelphia bei Andu, 17. Tempa bei Jochen, 18. Chicago, Prinz Valium, 19. Minnesota bei Mimo, 20. Florida bei Reto, 21. Boston bei Michelamax, 22. Edmonton beim Rooster, 23. Montreal bei Rolly, 24. Buffalo bei Rolly, 25. Winnipeg bei 26. Dallas bei Andu, 26. Dallas bei Michelamax, 27. Carolina bei Woodstock, 28. Vancouver bei Clunson, 29. St. Louis bei Mimo und 30. Colorado bei Michel. Here we go. Eine Box, 18, 19. Updeck Series 1. Wir legen los. Mit einer Young Guns Rookie Card für die Chicago Blackhawks, Luke Johnson. Young Guns für die Blackhawks, Luke Johnson. Wir haben eine Upper Deck Canvas Insert für die Vancouver Canucks, Beau Horwath. Stonewall Insert für die Nashville Predators, Pekka Rene. Und schon liege ich wieder falsch. Ich entschuldige mich. Es ist nicht Pekka Rene für Nashville Predators, sondern Juse Saros. Auch da gibt es langsam einen Generationenwechsel. Young Guns Rookie Card für die Boston Bruins, Ryan Donato. Stonewall Insert für die Washington Capitals, Braden Holtby. Reden Holtby. Upper Deck Canvas Insert für die New York Rangers Matt Zuccarello. Shooting Stars Insert für die Carolina Hurricanes. Devo Derawainen. Devo. Devo. Stonewall Insert für die Toronto Maple Leafs, Fredrik Andersen. We haben eine Jager Ears Insert für die Florida Panthers. Jager Ears für die Florida Panthers. Jager Ears für die Florida Panthers. Wir haben eine Stonewall Insert für die Vegas Golden Knights. Es gibt eine Random am Schluss des Breaks unter allen Teilnehmern. Stonewall Mark Andre Fleury. Vegas Golden Knights. Wir haben eine Upper Deck Clear Cut Parallel für die Montreal Canadiens. Johnathan Drewer. Johnathan Drewer. Johnathan Drewer. Johnathan Drewer. Upper Deck Canvas Insert für die Philadelphia Flyers. Sean Couture. 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 New York Rangers. New York Rangers. Young Gongs Rookie Card für die New York Islanders. Michael Dalcoli. Michael Dalcoli. Michael Dalcoli. Aufbr 모습 bei den Boston Bruins. Deine Absatz für die Boston Bruins. David Posternock. eine canvas insert für die Detroit Red Wings Henrik Zetterberg Young Guns Rookie Card für die Chicago Blackhawks Henry Jocki Hario Henry Jocki Hario Object Portrait für die Washington Capitals Dimitri Orlov Dimitri Orlov Wir haben eine 25 Under 25 Insert für die Boston Bruins Charlie McAvoy 25 Under 25 Insert für die Vancouver Knox Brock Bouser Brock Bouser Object Portrait Insert für die Toronto Maple Leafs Austin Matthäus Austin Matthäus Object Portrait für die Detroit Red Wings Henrik Zetterberg Wir haben eine Young Guns Rookie Card für die Tampa Bay Lightning Anthony Cirelli Anthony Cirelli und schließen mit einer Upper Deck Young Guns Rookie Card für die Edmonton Oilers Ewan Bouser Ewan Bouser Here we go Wir kommen noch zum Random Der Stonewalled Marc-Andre Fleury Stonewalled Marc-Andre Fleury Random unter allen Teilnehmern Und dreimal Wer zu Oberst ist bekommt die Karte Eins Zwei Drei Und Marc-Andre Fleury geht zu 56JG Jochen der glückliche Gewinner Der Stonewalled Golden Knights Marc-Andre Fleury So Das war's für heute Wir sehen uns am Sonntagabend zum großen Showdown Freu mich Bis dann Macht's gut Schönes Wochenende Tschüss zusammen das war's für heute Ich bin Drei 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 Vielen Dank.